Willkommen zu dieser Meditation, die Ihnen dabei hilft, Ihre Ängste abzubauen und ein Gefühl von innerer Ruhe und Gelassenheit zu finden. Setzen Sie sich in einer bequemen Position hin und schließen Sie sanft Ihre Augen. Beginnen Sie, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem lenken. Spüren Sie den Ein- und Ausfluss des Atems in Ihrem Körper. Konzentrieren Sie sich darauf, wie sich Ihr Bauch beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Lassen Sie Ihren Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Nun, nehmen Sie wahr, welche Ängste oder Sorgen in Ihrem Geist präsent sind. Erlauben Sie ihnen, sich zu zeigen, ohne sich von Ihnen überwältigen zu lassen. Betrachten Sie diese Ängste wie Wolken am Himmel. Beobachten Sie sie, wie Sie vorüberziehen, ohne Ihnen eine emotionale Bedeutung zu geben. Stellen Sie sich vor, wie Sie Ihre Ängste in einem Ballon vor sich sehen. Spüren Sie die Schwere und Intensität der Ängste in diesem Ballon. Mit jedem Ausatmen visualisieren Sie, wie der Ballon langsam an Höhe gewinnt und sich von Ihnen entfernt. Beobachten Sie, wie er kleiner und kleiner wird, bis er schließlich am Horizont verschwindet. Während der Ballon mit Ihren Ängsten davonfliegt, spüren Sie, wie sich Ihre Schultern entspannen und wie sich eine leichte Leichtigkeit in Ihrem Körper ausbreitet. Fühlen Sie, wie Ihre Ängste allmählich nachlassen und ein Gefühl von Frieden und Sicherheit Platz machen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf den gegenwärtigen Moment. Spüren Sie den Boden unter Ihren Füßen und die Stabilität, die er Ihnen bietet. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Geräusche um Sie herum und nehmen Sie einfach wahr, ohne Ihnen eine Bewertung zuzuordnen. Atmen Sie tief ein und sagen Sie leise zu sich selbst, Ich bin sicher und geschützt. Fühlen Sie diese Worte in Ihrem Körper und lassen Sie Ihre Ängste weiter reduzieren. Nehmen Sie sich jetzt einen Moment, um Dankbarkeit zu empfinden. Für den Mut, den Sie aufbringen, um Ihre Ängste anzugehen und für die Stärke, die Sie bereits in sich tragen. Wenn Sie bereit sind, öffnen Sie langsam Ihre Augen und bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück in den Raum. Spüren Sie die Ruhe und den Frieden, den Sie während dieser Meditation gefunden haben und tragen Sie dieses Gefühl mit sich in Ihren Tag.